Der damalige Innensenator, Herr Geisel, hat entschieden, dass von 365 möglichen Tagen genau an dem wichtigsten Tag unserer Demokratie, Abgeordnetenwahl im Abgeordnetenhaus für Berlin und Bundestagswahl, hat Herr Geisel entschieden, dass dieser Marathon, der viele Straßen sperrt und viele Umwege gehen muss, dass der an dem Tag stattfindet. Ich meine, da kann man ja voll kaum noch von unglücklich reden. Da redet man ja wirklich schon von, für mich aus meinen Augen, schon fast Manipulation. Wenn ich das so sehe. Entscheidend ist aber eins, die Demokratie wurde hier mit Füßen getreten. Es darf nicht sein, dass in unserem Land, in diesem fortschrittlichen Land, dass dort solche Dinge passieren. Wir sind, wir kussehen sowas immer aus anderen Ländern und Sachen, was für eine Bananenrepublik. Und jetzt findet hier sowas statt. Es war nicht die CDU, es war nicht die Grünen, es war nicht die AfD oder sonst wer, sondern es war Marcel Lute und es waren Journalisten von Tichys, die das aufgedeckt haben. Und nur deshalb, und nur deshalb kommt es zu einer Neuwahl für die Demokratie.